Timotheus als Vorbild, Lehrer und Seelensorger Niemand soll dich verachten, weil du noch jung bist. Sei allen Glaubenden ein Beispiel mit deinen Reden und Tun, deiner Liebe, deinem Glauben und deiner Reinheit. Bis ich komme, lies wie bisher aus der Heiligen Schrift vor. Predige und unterrichte, vernachlässige nicht die Gabe, die Gott dir geschenkt hat, als die Ältesten dir aufgrund prophetischer Weisung die Hände auflegten. Mühe dich um das, was dir aufgetragen ist, damit deine Fortschritte allen sichtbar werden. Achte auf dein Leben und auf deine Lehre, überprüfe sie beide ständig. Dann wirst du dich selbst retten und die, die dir zuhören. Fahre einen Älteren nicht hart an, wenn du ihn zurechtweisen musst, dann sprich zu ihm, als ob er dein Vater wäre. Ebenso sollst du die jungen Männer ermahnen wie Brüder, die älteren Frauen wie Mütter und die jungen Frauen wie Schwestern mit der gebotenen Zurückhaltung. Amen. Dank sei Gott dem Herrn.